Was wird denn hier eigentlich gespielt? Mein lieber Barlow, Sie werden doch einsehen, dass nur einer von Ihnen der verantwortliche Kommandant sein kann. Natürlich. Ich habe Mr. Durban während Ihrer Abwiesenheit als ersten Piloten engagiert. Naja, weil wir unter diesen Umständen nicht einfach einen neuen Anfang machen. So, dann begraben wir den Kommandanten. Wir schaukeln die Nordwühne abwärts. Das ist ein Wort. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber Jeff ist mir nicht gleichgültig. Du musst dich entscheiden, Pamela. Die International Aviation Company schreibt einen Trans-Sahara-Non-Stop-Flug aus, Marrakech-Lagos. Quer über den Sandkasten, hin und zurück. Preis 10.000 Pfund. Ja, das wäre doch was für uns. Warum nötig? Hallo, was ist denn? Sandstrom! Gleich, wenn es los geht! Scheiße! Die Kolben fressen! Okay, dann ziehen die Beide, wir machen Bruch! 500, 500, 400, 200, 100! Vielleicht sind Sie notgelandet. Lassen Sie mir die Pistole nahe. Wozu? Es ist besser als zu verdursten. Komm ja wieder! Sicher? Das war's 2, eine Sth Nietzsche. Der Gespräch hat.